Hallo zusammen, ich möchte heute mal über den Unterschied zwischen Vorbild und Unterricht reden. Also was ist der Unterschied und warum ist das eine viel wesentlicher und wichtiger als das andere? Ich höre gerade ein Hörbuch von Stephen R. Covey, da habe ich früher schon eins gehört, die sieben Wege zur Effektivität, was eins der besten Hörbücher ist, was ich kenne. Und da gibt es jetzt ein neues Hörbuch, was quasi die ganzen Konzepte wiedergibt, die er damals sich notiert hat, während er das Buch geschrieben hat. Und da geht es ein bisschen um andere Dinge. Und da wird auch wieder gesagt, dass viele Amerikaner, das bezieht sich halt auf Amerika, sich wünschen, dass in der Schule mehr Sachen wie Mitmenschlichkeit, Empathie, Emotionskontrolle, Emotionsregulation, Annahme von Emotionen, dass diese Sachen in der Schule viel zu kurz kommen und das eigentlich im Unterricht angewendet werden sollte. Ich denke mir dann immer, dass das auf der falschen Ebene gefordert wird. Es wird immer als Unterricht gefordert und es wird nicht gefordert, dass die Menschen sich selbst in diese Situation bringen müssen, in der sie das vorleben können. Das heißt, in eine Vorbildrolle sich bringen müssen. Und da bedarf es Arbeit, in Anführungszeichen, an sich selbst, am eigenen Charakter, an der eigenen Persönlichkeit, am eigenen Weltbild. Und wenn das nicht passiert, dann ist der Unterricht in diesen Fächern eigentlich auf verlorenen Posten, weil wirkliche Weitergabe von Wissen, die den Charakter eines Menschen beeinflussen, passiert nur oder es ist fast nur im Rahmen eines Vorbildes. Kinder schauen sich diese Dinge ab und nicht ab, indem man sie ihnen einfach nur erzählt, sondern ab, indem man sie tief verinnerlicht und vorlebt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn solche Dinge gefordert werden, dann hört sich das immer erst mal gut an. Auch wenn Bücher geschrieben werden, wo solche Dinge quasi als Soft Skills bezeichnet werden oder irgendwelche Techniken oder Methoden präsentiert werden, dann passiert das alles auf einer falschen Ebene. Diese Ebene ist die Ebene, wir müssen nur die richtigen Inhalte lernen und die weitergeben und dann können es die Kinder oder die Erwachsenen. Es geht auch um die Erwachsenenbildung, vielleicht auch um Mitmenschlichkeit in Unternehmen. Das ist zum Beispiel Stephen R. Coveys Ansatz vor allem. Aber es geht darum, dass wir auf eine andere Ebene kommen, auf die Ebene, dass wir verstehen, dass das Vorbild das Allerwichtigste ist. Wir müssen das verinnerlichen, wir müssen das selbst leben und zwar nicht nur so tun, als ob wir das vorleben, das merken alle Mitmenschen und das kommt nicht an. Das vergiftet sogar das Vertrauen in eine Beziehung und dann kann man auch andere Inhalte schwerer vermitteln, die mehr faktisch sind, mehr Sachen wie Physik und Mathematik. Selbst dafür braucht es eine Grundbeziehung, ein Grundvertrauen und das kann man nur erreichen, indem man Authentizität ausstrahlt. Und diese Authentizität, die muss gekoppelt sein mit dem eigenen Weltbild und dem eigenen Sein. Und wenn das eigene Weltbild, das eigene Sein noch auf einer Ebene schwingt, sage ich mal energetisch, wo das selbst noch nicht verinnerlicht wurde, wo selbst noch daran geglaubt wird, dass das, was man selbst in der Schule gelernt hat und vor allem wie man es gelernt hat, richtig war und dass Vorbilder keinen Einfluss auf einen hatten, dass man sich das alles selbst erkämpft hat und so, dann agiert man hier wieder auf einer falschen Ebene und versteht nicht, dass das dann auf verlorenen Posten steht, was man versucht. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht viel tun müssen im Außen, um unsere Mitmenschen, unsere Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Wir müssen nichts im Außen tun, wir müssen Sachen im Inneren tun. Wir müssen Dinge in unserem Inneren tun und verändern. Wir müssen an uns arbeiten und wenn wir an uns arbeiten, dann kommt durch unser Vorleben automatisch das Vorbild zutage, tritt zu Tage, woran sich dann die Kinder quasi ein Beispiel nehmen können. Und dadurch lernen die Kinder dann wirklich, dadurch verinnerlichen sie wirklich. Es geht hier nicht mehr in der heutigen Welt um reines Wissen. Reines Wissen kann man sich jederzeit im Internet, in Lexikas, Wissen ist frei und unbegrenzt verfügbar heutzutage. Heute braucht man das nicht mehr. Was heutzutage wichtig ist, ist die eigenen Emotionen in unserer materiellen, nach außen gerichteten Welt, unsere Emotionen zu verstehen, sie zu akzeptieren, Beziehungen zu führen, Mitmenschlichkeit Empathie zu empfinden, das Ego zurückzustellen. Das sind einfach Dinge, die heutzutage viel, viel wichtiger sind, weil unsere digitalisierte Welt uns von diesen Dingen abbringt. Die Familie wird immer kleiner, unwichtiger. Es wird immer mehr gleichgeschaltet. Stabilität wird versucht, im Digitalen zu finden. Also diese ganzen menschlichen Grundbedürfnisse werden durch die Digitalisierung hinten angestellt und vernachlässigt und dadurch geraten die Menschen in ganz, ganz schwierige psychologische Probleme. Und diese Probleme kann man nur lösen, wenn dadurch, dass eine stabile Persönlichkeit, die selbst an sich in dieser Richtung arbeitet und Weltbilder auch bereit ist zu hinterfragen und auch erkennt, dass ein Loslassen von einem Weltbild oder einem Glauben nicht gleich den Tod bedeutet, auch wenn es sich für viele Menschen so anfühlt, die dem Materialismus auch entsagen könnten, wenn sie es wollten, ja, die das Spiel an der Oberfläche als Spiel anerkennen oder erkennen und tiefgründige Größe erreichen. Das nennt Stephen O'Kawie auch ganz interessant die primäre Größe und nicht die sekundäre, ja, die an der Oberfläche ist. Die an ihrer primären Größe also arbeiten. Und solche Menschen, von solchen Menschen, aus dem Vorbild solcher Menschen heraus können sich quasi dann die Heranwachsenden ein Vorbild nehmen und Stabilität daraus ziehen, was sie selbst im eigenen Leben unbedingt brauchen heutzutage. Und natürlich sollte sowas in der Schule gelehrt werden. Das hat aber mit den Persönlichkeiten an der Schule, den Persönlichkeiten der Eltern. Das hat tief mit deren Charakter und Weltbildern zu tun und nicht mit irgendwelchen vordergründigen Unterrichtsmethodiken oder Inhalten, wo man jetzt denkt, man revolutioniert jetzt etwas, indem man es einfach hier in den Lehrplan reinschreibt. Das ist viel tiefgründiger. Und die Menschen denken dann mal, oh Gott, wenn wir was verändern müssen, dann müssen wir den Lehrplan ändern und das ändern und das. Wenn man erst mal an sich selbst arbeitet, auch vielleicht nur für sich selbst, für sich selbst, ja, nicht für andere erst mal, dann kommt das andere im Alltag alleine. Dann gibt man völlig, wie sagt man, druckfrei diese Dinge weiter und muss dann gar nicht mehr so viel konzeptionell ändern, sondern man muss an den Menschen gehen, an den Menschen, man muss schauen, dass man den Menschen die richtigen Hilfestellungen gibt. Und das, was wir heutzutage in unserer digitalen, medialisierten Welt an uns herangetragen bekommen, ist genau das Falsche, ist genau das, was uns abbringt von Eigenverantwortung. Ja, wenn man sich die aktuelle politische Situation anschaut, dann ist das genau Bevormundung, Abkehr von der Selbstbestimmung, Druckbestrafung, das ist genau das, ja. Und das, 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 das Erschreckende und das Traurige ist, dass viele Menschen, bei weitem nicht alle, auf diese Techniken anspringen. Das heißt, die haben selbst es so gelernt. Und wenn wir, wenn wir in so eine Gesellschaft jetzt abdriften und es hat immer noch eine gewisse Balance gegeben, das sieht man auch jetzt daran, dass viele Menschen eben nicht einverstanden sind mit vielen Dingen. Aber diese Balance droht gerade völlig, wie sagt man, vor die Hunde zu gehen. Und wenn wir dann in 20 Jahren in einer Gesellschaft leben, wo es nur noch diese Art von Reaktionen gibt, diese Art von Weltbild, diese Art von Empathielosigkeit, dann haben wir ein großes Problem. Und wir sind in einer Transformationszeit, zur Zeit, wo genau diese Dinge sich ändern, wo quasi wir sind im Feuer der Veränderung und in einem, in einer Art Aufwachprozess. Die Leute merken wieder, worum es wirklich geht, ja, um das Vorbild, um die innere Stärke, um primären Charakter. Und deswegen ist diese Zeit gar nicht so negativ, wie es viele sehen, sondern sie hat viel Positives. Und vielleicht bringt sie uns dann zur positiven Veränderung, ja, dass wir in 10, 20 Jahren dastehen und sagen, hey, wenn wir die Zeit nicht gehabt hätten, wir waren auf einem schlechten Weg und der liebe Gott oder wer auch immer, ja, an was man auch immer glaubt in der Hinsicht, das Leben an sich, die Natur hat uns mal einen ordentlichen Schlag auf den Kopf gegeben, damit wir wieder klar denken, klar fühlen konnten, ja, und uns auf den richtigen Weg begeben konnten. Ja, so viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.